und vorher können wir uns erst mal um quill hier oben kümmern so etwas zu bringen muss man sich entweder mit den büchern der magie befassen oder in den richtigen betten beliebt sein freundlich haben wir tapferkeit gehört vielleicht seid ihr an meinem vorschlag interessiert wer seid ihr ich bin was wie ein kaufmann von einiger bedeutung dieser stadt obwohl ihr wahrscheinlich noch nicht von mir gehört habt da ihr neugankömmlinge seid egal ich stelle fest dass ihr neben anderen sachen auch mit magie ausgelöstet seid deshalb habe ich angenommen dass ihr vielleicht am kauf eines gegenstandes interesse habt der in meinem besitz ist seht ihr dieses goldene sei das ich habe das ist ein relikt dem ich nämlich wenig kraft ihr wollt ihr könnt es kaufen natürlich wenn ihr interesse daran habt es kommt darauf an was vermag dieses sei nun ja was für dieses vergoldete sei kann und wofür man es benutzen kann das sind zwei verschiedene dinge das ist eine kurze erklärung notwendig damit ich versteht fahrt fort um seinen wert glaubheit zu verlangen müsst ihr als erstes wissen dass dieses sei den berüchtigten ja lachsle gehörte bisher wie sich es stahl ihr wisst von wem ich spreche nicht wahr oh ja ich kenne ihn der anführer dass der dunkle für söldner gilde der lachse na ich glaube nicht dass ich schon mal von ihm gehört habe nein das ist ziemlich merkwürdig ich dachte dass alle drau den söldner ja lachsle kennen würden aber egal alles was ihr wissen müsst ist dass er mächtige mächtige zauerkräfte in seinem besitz hat ja background info ja lachsle ist der anführer der größten söldner gilde der drau und er selber ist ein laufendes schweizer taschenmesser aus magie also egal was er alles an seinem körper trägt ist irgendwie magisch von seinem hut bis hin zu seinen schuhen seine schuhe fand ich besonders immer toll er konnte nämlich geräusche mit ihnen mit denen machen wir wollte entweder ganz lautlos oder als ob ein riese durch die gegend stappen würde oder zumindest hatte dieses vergründete sein gehörte einst ihm und soweit ich gehört habe hat er es während seines aufenthalts den los nata schmerzlich vermisst traurig wirklich aber es ist nicht meine schuld traurig was ist traurig dran wie man sich erzählt kam ja lachsle im auftrag des hauses jalef dorthin und um im kampf gegen das haus gilisch zu helfen es war eine blutorgie die sogar seuf zufriedengestellt hätte jedoch bei der opferung die folgten weigerte sich die oberen von jellert jallaxe zu bezahlen was ihm damit begründete dass der dienst den er der spielkündigen leisten durfte bezahlung genug sei man erzählte dass jallaxe sich nur verbeugt und ging während das versammelte haus ihn verspottete und die kunde von seiner dummheit verbreitete was hat das all damit zu tun jallaxe entwarf einen rachepaar er wollte den schutzstein an sich bringen der ihm zutreten ins haus jallat verschaffen würde so dass er sich revanchieren könnte doch der schutzstein wurde von dem alten gründer von usnatter aufbewahrt einem gewissen der ricks einen mächtigen leichnam der magierturm lebte das seil hätte jallaxe vor der zauber geschützt ich hatte das echte sei jedoch gegen eine fälschung ausgetauscht jallaxe des leute wurden vom leichnam gefangen genommen und agauder wurde wegen seines misserfolgs von der stadt ausgelacht das ist jedoch das echte seil mit dem wert ihr immun gegen der ricks macht und könntet den magierturm plündern wie es euch gefiel stellt euch die möglichkeiten vor woher soll ich wissen dass sie ob ihr nicht versucht mir ein weiteres gefälschte sei zu verkaufen und führt jallaxe nicht kommen nach dem gegenstand suchen interessant wie viel verlangt ihr dafür nein ich glaube nicht dass ich an einem an einem sein interessiert bin ja würde ich kommen nach dem gegenstand suchen man kann nicht sicher sein wenn es tun sollte wer die ende lag mit ihm fertig zu werden als ich benutze schnell und werdet es dann los dann wird es vielleicht würde er ist vielleicht nie erfahren woher soll ich wissen ob ihr nicht versucht mir ein weiteres gefälschte sei zu verkaufen ich versichere dass es echt ist es ist offensichtlich schaut doch nur wie es glänzt und um ehrlich zu sein wenn der schurke versuchen sollte es zurückzubekommen möchte ich es lieber nicht bei mir haben welche verlangt ihr dafür nicht viel nur 1000 goldmütze und es gehört euch meine fürstin besteht keine möglichkeit dass sie weniger dafür verlangt da gut 500 aber nicht weniger in ordnung hier hervorragend das ist eine erleichterung ihr solltet eigentlich in der lage sein in die magie zogen zu gelangen obwohl ich deric sich angreifen würde wenn es sich vermeiden lässt viel glück ja hier alles verlangsamt ein stück glattes goldenes sei dass zum handfesten geknotet wurde wie schaß hat gemeint dass euch vor der das ist euch vor der magie des leichten am deric schützen würde ich warte natürlich was ist mit ihr hier hey ihr da unterwürfiges weibchen oder für eure dienst in anspruch nehmen wir haben gerade eine sekte blasphemischer verirrer des gauner dort zerschlagen haben sind geflogen und lehnen sich gegen unsere rache auf ihr werdet zur südlichen ecke der stadt vorrücken sie auslöschen wir werden keine heitischen götter angesichts von uns kinder dünnen ja herren sofort ihr redet erst dann wer ihr euch gefragt es geht und erfüllt ihr wurscht vor und läuft sie verlangt es ja wenn es das ist was ihr wollt okay wie sah hat mir von ihr lachs und seinem gescheiterten versuche erzählt sich an dem haus zu rechnen das sich geweigert hat ihm für seine dienste zu bezahlen er hat mir erzählt dass er von der lachs ein magisches sei gestohlen hat dass mich gegen die auswirkung von einkäckerung gemun macht auf diesem weg kann ich deriks behausung plündern ohne dass mir eine gefahr von dem leichnam droht ich denke es gibt nur eine möglichkeit herauszufinden ob das stimmt eine ziemlich herrische drohe hat mir bevor mich in dem südwestlichen teil der drauschstadt zu begeben und eine sekte von gaun da roman anhängern zu zerstören die sie dort versteckt ich weiß nicht ob es mir etwas bringen würde diese aufgabe abzunehmen ich fürchte das würde wohl in einer katastrophe enden ja der südliche teil wäre halt hier unten oder oha gewiss dass wir feuerbälle haben die ganze schleim eingeladen das hier ist wesentlich aufregender als jeder zirkus auf geht's ist fast schön so noch den oka galat weg noch mehr zeug die kann er leider nicht so entziffern ich war nun gut so und jetzt ja was möchtet ihr leute sei gepriesen wir verdanken ihr jeden sieg ihr habt den film verläufe erfüllen und habt euch als besicher wie sie noch einen tag länger zu nehmen genießt die gnade die das hier weiterleben dürfte ja es war meine ehre er dreist euch nicht mit mir zu sprechen läuft ruhig durch ungenachtet eurer ehre geht ihr seid nicht mehr von nutzen für uns ja das wäre davon abgeschlossen ich habe die sekte aufgespült und vernichtet eine undankbare aufgabe da ich von der mutter oberen keine belohnung gehalten habe nehmen wir mal von der gnädigen erlaubnis ab weiter leben zu dürfen fragt nur erzählt mir mehr davon so dann kann ich mir jetzt seidenturm angucken vielleicht finde ich auch den schutzstein um in die ihr müsst eure gruppe ihr dieser ort wird euer grab werden ein paar noch mehr eindringen die mich stören wollen was ist ah ihr habt die verdrehte cordel in eurem besitz was nur sie wird euch nichts bringen drum kopf wie das aussieht nur ein toter oberwälder ist ein guter oberwälder ah es hat funktioniert ich war mir nicht sicher diese dinge haben die tendenz nie so zu funktionieren wie er sich das ausgerechnet hat das ist ja das berufsrisiko wenn man improvisiert ich verstehe er müsste dieser schluckzügiger lachsle sein die man uns empfohlen hat ja ja genau der ich bin wahrlich ganz entzückt meine schöne dame ja lachsle dann hat wie hat visar gelogen das sei hat nicht funktioniert gelogen und das ist wirklich brutal ausgedrückt visar visar seid ihr irgendwo hier um es als man zu etwas zu bringen muss man sich entweder mit den büchern der magie befassen oder in den richtigen betten beliebt sein ich bin hier hauptmann zu eurer verfügung ja das kann ich sehen erlaubt mir euch meinen luteinen visar vorzustellen visar ich bin mir sicher dass ihr weldrin bereits kennt ja sagt mir habt ihr ihr lügen aufgetischt habe ich nicht hauptmann das dachte ich auch nicht visar hat gesagt dass euch das sei vor der einkalkerung durch der ich schützen würde das hat es auch getan ihr seid doch hier und nicht in einer kleinen höllischen unterebene gefangen oder das hier ist eine taschendimension das hauptquartier von brigand der arte ja so hieß die seltergruppe meiner seltergruppe ich hatte gehofft dass euch das sei hierher bringen würde und ich sehe es hat funktioniert seid mir willkommen will drin und ja dass die raute da sollte nicht hier sein was wollt ihr wollt dass ich herkomme warum warum mal die geheimnis tuerei nur mich hierher zu bringen ihr sagt mir jetzt was ihr wollt nehmen wir mal die zwei ich wollte wissen ob ihr dem leichnam nötig gegenüber treten würdet das ist ein test des gutes wenn ihr wollt da der großteil meiner männer durch den leichnam eingekackert wurden bleibt mir ja kaum noch jemand übrig der tun kann was getan werden muss und ich kann ja schließlich nicht auf das glück auf gut glücklichen anfang unter was ist das was getan werden muss ich habe kein interesse daran für euch zu arbeiten ihr lachs schickt mich am besten nach usnata zurück ich weigere mich manipulieren zu lassen ich werde nichts für euch tun schickt mich zurück oder ihr werdet den tag verfluchen was muss getan werden nun ihr wolltet euch ohnehin gerade mit dem leichnam legen bevor er euch in die ebenen geschleudert hat ich möchte von euch nur dass ihr etwas aus dem besitz des leichnams beschafft in was das mir gehört den schutz sein für das haus gelat nein nein selbst ich weiß wenn man damit wenn man damit aufhören muss einen plan zu verfolgen meine männer haben oberste priorität das ist eine der wenigen positiven eigenschaften von ihr lachs er kümmert sich um seine leute im brigand der arte der leichnam besitzt zahlreiche edelsteine in denen die seelen meiner männer gefangen sind und ich möchte sie zurück ob ihr den leichnam tötet oder nicht überlasse ich euch wenn ihr ihn tötet könnt ihr den turm vermutlich von oben bis unten ausbündern aber wie ihr nun an diese edelsteine kommt es mir völlig egal sobald ihr alle edelsteine habt werde ich das zeit verwenden um euch zurück hier ins hauptquartier zu befördern ist doch ganz einfach oder seid ihr bereit zu gehen was ich habe noch nicht zugestimmt ein moment noch was habe ich davon ihr seid ein ziemlich präpotanter na ich würde euch lieber töten als eine aufgabe für euch zu erfüllen was habe ich davon ah ja wir wissen wir sind jetzt in der hilflos in der luft herumgefuchten phase und wie schon habe ich euch doch gesagt ihr sollt mir bescheid sagen wenn wir bei dieser phase ankommen entschuldigt haupt meiner versehen meinerseits schon vergeben nun aber wieder zu euch liebe freunde ich denke ihr werdet richtig darauf brennen diese aufgabe zu erfüllen ihr wollt doch nicht dass eure wahre identität enthüllt wird oder talisa ah schaut mich doch nicht so böse an talisa ich bin mir sicher dass es euch gelingen wird die edelsteine zu beschaffen so dass ich nicht bis zum äußersten gehen muss und wenn es euch gelingt der ex zu tönen könnt ihr den turm im turm treiben was ihr wollt ihr könnt euch sogar den edelsteine beschaffen damit ihr haus edelsteine ausräumen wenn es euch spaß macht das ist so ausgezeichnet oder ich möchte nur sicher gehen dass ihr diese edelsteine innerhalb einer vernünftigen zeitspanne findet hm wie lange wäre er angemessen was sagt ihr wie schon eine stunde vielleicht einen tag kaufmann wir haben es nicht eilig ausgezeichnet talisa braucht sicher nicht so viel zeit aber ich will sicher gehen ihr habt einen tag um meine edelsteine zu beschaffen talisa passt bloß auf dass ihr das sein nicht verliert ihr werdet es brauchen man sieht sich und oh richtig ich dem leichten auch noch einen schönen groß von mir aus ja und da sind wir wieder vor dem turm weil ja järlachsles intrigen man hat mich reingelegt und dazu gezwungen järlachsle zu diensten zu sein seine männer sind zwar tatsächlich gefange des leichnams dericks aber wie sarjans geschichte dass er angeblich das zeige stunden hat war eine lüge offenbar muss ich mir erledig aus dem turm des leichnams für der lachsle beschaffen oder wird meine identität enttönen allerdings lose ich das risiko vielleicht weil ich bei der gelegenheit sowohl den turm als auch haus jelath ausbildern kann Ich habe nur einen Tag Zeit für diesen Auftrag. Jo. Deswegen speichern wir hier erst einmal wieder. Das ist dann LP 044. Und dann kümmern wir uns als erstes um Nebenquests. Also sprich um das hier und um Quillis. Damit wir die beiden Quests noch abschließen können. Die Erfahrungspunkte dafür kassieren können. Und dann werden wir uns den Hauptquesten widmen. Also erst den Kau Kau Tau Dungeon dann den Betrachter Dungeon und zu guter Letzt den Horrorshow im Elifidenheim. Also bis dann.